servus und herzlich willkommen zu einem weiteren part hier bei winkeltier ich habe das jetzt noch hinbekommen mit den feldern war klar musste ich halt nur ein bisschen rumfummeln aber ist okay ich glaube ich habe jetzt eine idee was ich hier hinten mache in dem eck allerdings um die böden hier zu setzen brauche ich über 11.000 münzen insofern sollten wir keine zeit verlieren und direkt mal den laden aufmachen und hoffentlich auch viel verkaufen den auftrag haben wir erst gemacht da müssen wir jetzt noch drei tage warten gut ich hoffe auch dass da jetzt viel geschäft läuft in den tagen und dann gucken wir jetzt auch einmal gezielt bei den händlern nach den pflanzensamen die eisen habe ich leider noch nicht aber das wird kommen der erste händler ist da gucken wir mal er hat jetzt hat eisen leder quasi alles was ich jetzt gerade im moment nicht brauchen okay du kannst dann noch mal abhauen und ich denke ich wird tatsächlich so machen dass ich sehr viele produkte mit hinzu kauf das problem ist ich habe es jetzt mal vorhin durchgezählt aktuell gibt es 52 produkte insgesamt also mit zutaten mit fertigen produkten insgesamt also 52 stück die muss man natürlich auch erst einmal unterbringen und die einzige möglichkeit um viel unterzubringen ist ja immer so ein schrank weil da zumindest sechs stück reinpassen ja toll spargelsamen da hätten zum beispiel schon die ersten aber die sind zu teuer dann hätten wir hier eine stufe 4 das wäre mir aber dann zu blöd wenn ich die nehmen weil wenn dann möchte ich auf jeden fall schauen dass ich mindestens stufe 5 oder 6 hat okay dann kannst du wieder abhauen hoffen mal dass noch ein dritter händler kommt und ich bin fast zu 100 prozent tatsächlich alchemist jetzt gerade aktuell reggie ist aufgestiegen und erwartet wird mir lohnen wird das denke ich mir so du hast tränke stahl zu teuer torf haben wir schon zu viel also da möchte ich schauen dass ich auch runter kommen ich muss unbedingt lavendel kaufen ich ne lavendel und ich weiß es jetzt gar nicht lavendel auf jeden fall würde ich sagen dass ich die acht stück noch nehmen allraune nehmen auch mal jetzt die neuen die noch fehlen äpfel habe ich noch genug tränke möchte ich wie gesagt selber herstellen da muss ich jetzt auch mal gucken dass ich so langsam mich unten auf zehn stück ein pendel weil ich habe einfach dann wenn die anderen sachen dazukommen gar nicht das lager dazu ist das problem das wird wirklich noch eine lager knappheit geben das lager habe ich noch nicht umgebaut aber das werde ich auf jeden fall noch machen das wird nämlich auch eine tolle spielerei ich habe auch extra schon die drei fackeln was sieht hier die drei fackeln die da vorne gestanden sind habe ich jetzt mal schnell hier positioniert dass die da hinten weg sind weil ich ja das lager auch noch mal um eine stufe ausbauen möchte ich weiß nicht ob ich das schaffe mit den alchemistischen produkten auch später mit den klamotten und so weiter weiß ich nicht ob ich das schaffe an einem tag so viel zu verkaufen da ist es halt dann immer besser wenn es spezialisiert bist weil jetzt aktuell bin ich als als alchemist spezialisiert aber schafft trotzdem nicht die 65 tränke hier zu verkaufen das ist einfach die laden größe auch noch abhängig davon das ist auch klar aber gut ich möchte meinen let's play hier nicht nach den zielen hier ausrichten es ist natürlich schön wenn man das schafft aber danach möchte ich sie eigentlich nicht ausrichten ich möchte eigentlich mehr gestalterisch machen das ganze so so sie geht das heißt die anderen beiden werden dann auch gleich gehen oder der letzte wird noch gehen gut passt dann machen wir mal ganz kurz unsere felder was ist jetzt ich habe schon schrecken gekriegt dass das jetzt ein friert und ich den tag noch mal machen muss schrecklich was ist denn los mit dir spiel ja müssen auf jeden fall ernten lavendel den muss ich jetzt mal nicht ernten da haben wir noch 95 drin dann gießen wir mal ganz kurz die hier euch kann ich jetzt eigentlich mal ernten dass ich wieder bissel nach oben kommen mit dem bestand so 4600 ja wir können ja mal hier anfangen mit dem mit dem ausbauen muss ja zumindest mal schauen dass ich den den rand hier rum krieg 2800 und das ist dann schon wieder zu viel 4200 ok machen wir tränkemäßig ich schaue jetzt wirklich dass ich nur noch auf die 10 hoch auffüllen so wie dahinten brauchen wir gar nicht gucken ich bin mal gespannt ob das nicht dann zu knapp ist aber hier habe ich wie gesagt schon ein bisschen eine idee wie ich es machen könnte und das wäre schön wenn das heute noch klappt ich müsste zumindest hier noch die drei felder auf jeden fall noch füllen müssen können tun hier dass ich da anfangen kann hier werde ich natürlich noch was ändern das soll kein sound bleiben sondern das soll dann die wand werden so gucken wir mal was du hast torf und holz salbei und alraune jeweils zwei lavendel äpfel nee das passt alles kartoffel na jetzt habe ich wieder auf abweisen gedrückt na ist egal wir haben eh genug zeug wegen den vier trümmern jetzt ist es egal wäre schlimmer wenn ich jetzt einen große einkauf mache und ich hoffe immer noch dass ein händler kommt mit den richtigen samen gib mir deinen samen ok alchemie der hat aber keine samen das sind wir voll salbei dann fülle ich halt jetzt halt bei dir nochmal auf die letter harmen immer schöne namen die die haben sein jakob aber es sind doch immer die gleichen mein gut das ist ja auch nicht relevant wie die kunden heißen die dio vertie ah der nächste und der hat mischmasch hat die chance haben nee das sind eh zu nicht gut genug alraunen nehmen wir halt bei dir mal die zwei stück die mir noch gefehlt haben und ansonsten nix leute das reicht mir nicht kauft mir sachen naja gut die kaufen wir alle noch die müssen erst einmal hier zahlen dann könnten wir vielleicht nochmals die zwei böden machen aber dann reicht es immer noch nicht um das zu machen was ich machen will ok die letzten kunden noch ok sie geht das heißt du füllst noch auf ok ihr seid fertig passt tun wir mal schnell noch gießen ich brauche vom lavendel auf jeden fall das heißt also ernten kamille habe ich gemeint kamille jetzt habe ich schon zur kamille lavendel gesagt die ist ja immer toll wenn ich dann salbei und artischocken und was weiß ich nicht noch alles für wörter für die falschen sachen verwende so noch einen tag ok 2500 da kann ich gerade mal ein feld machen da kann ich nur das eine feld machen aber gut besser als keins wir könnten eigentlich schon mal gucken ob wir und zwar möchte ich den herd kaufen der kostet nur 50 wie stelle ich könnte ich dann so hinstellen aber wir müssen auch die wände noch ändern ich stelle dich jetzt einfach mal daher dann gehen wir noch mal aufs bauen wende so da ist jetzt die frage wie ich das bei der küche mache da würde ich vielleicht mal diese wände hier verwenden machen wir mal machen wir das mit dem fenster dass wir hier auf den auf den garten guckt ich hoffe nur die bäte sind nicht davon beeinträchtigt dann würde ich sagen machen wir hier noch ein fenster und hier noch okay ich benötige den boden hier machen wir dann wände wände so wäre zumindest schon mal etwas was alles was im weg wird es wird verkauft nein was ist denn im weg seid ihr im weg oh gott ich muss das noch mal weg machen nein ich glaube dass das hat mit den feldern zu tun auch verdammt da das leuchtet schon rot oder war gerade rot das ist ja blöd das heißt dann muss ich die felder auch noch mal weg ziehen ich mache das jetzt mal so dass ich die nur hier schnell weg tun und dann später eben wieder hinfummel kommen die leute dann da noch durch nene ich tue es mal dahin heißt es blöd hier noch mal wand da möchte ich dann noch mal die zwei fenster drin haben hier und hier ok jetzt hat es gepasst es waren tatsächlich die felder die werden dann weg gewesen dann könnte ich dich aber dann stehst du genau hier vor dem fenster das ist auch blöd aber wenn ich das fenster allerdings weg machen dafür eine mauer so gehen um aufbauen und dass man dann hier eine normale wand machen ich kann natürlich auch hier noch solche solche zierwände machen das wäre auch möglich aber dann lasst es mal hier lieber so ja es ist auf jeden fall schon mal ein anfang ja ist auf jeden fall schon mal ein anfang aber das ist gut dass du mir das jetzt gezeigt hast weil dann speichere ich nämlich lieber jetzt mal so dann machen wir gleich wieder auf leute bringt geld mit ich habe ganz viel zeug zum verkaufen und ich brauche kohle ich habe vergessen die tränke zu machen da wird es da wird es knapp bei dem husten mittel mensch das fällt mir gerade ein da habe ich doch ein kommentar gelesen von wegen dem interface die ikon größe kannst du eigentlich lassen die schrift größe könnte man bissel hoch machen spalten das passt eigentlich kategorie abstand ja vielleicht ein bisschen ui größe winzig da gehen wir mal auf das ist zu groß weil es hat geheißen wegen dem ui dass man das hier besser sehen kann tut mir leid dass ich darauf nicht so nicht früher eingegangen bin die ikon größe kann ich dann natürlich auch größer machen dann mache ich die zahl noch ein bisschen größer aber dann vielleicht ein bisschen weniger spalten oder sowas kategorie abstand kann mir obwohl das wird dann später so viel das wird dann bis da runter gehen da muss ich dann wahrscheinlich neu einstellen wenn ich dann noch kartoffeln eisen hemden stoffe alles möglich hier noch mit dazu bekommen dann wird es wahrscheinlich ein wenig zu heftig hoffentlich komme ich damit klar weil mir gefällt es nicht wenn das so groß ist dass das mag ich nicht ich lasse es jetzt mal weil immerhin wurde ich darum gebeten dass ich das mache aber ich mir gefällt es halt nicht mir ist es zu zu ausladen auch das ganze menü hier das ist mir viel zu groß weizen samen level 7 hat es sechs stück dann würde ich doch sagen nehmen wir mal vier stück ich glaube mit vier sollte das doch reichen oder dann hätten wir weizen als erstes so käsekartoffeln blaubeeren da mache ich noch nichts ich halte mich jetzt erst einmal nur an die gemüsesachen und sowas ist nur die frage ob ich da jetzt auch schon was zu kaufen soll weil es lager ist halt noch nicht ausgebaut nicht ich mache zumal nur die samen dass wir die die sachen mal anbauen können irgendwie ist das eine komplett für mich falsche optik jetzt gerade mit diesen riesen symbolen hier ich denke dass ich das wieder kleiner machen werde im verlauf in dem moment wo ich dann mehr artikel hier habe reggae ist aufgestiegen wunderbar kartoffelsamen level 5 das taucht mir da machen wir dann auch mal die vier stück dann haben wir die nämlich auch schon mal fünf fleisch kamille ansonsten das passt im grunde müsste das ja passen ich habe 1234 56 stück und wir brauchen ja noch sechs stück das passt ja dann sogar das passen immer vier stück rein gut dann mache ich das nur mit vier feldern das muss ausreichen vielleicht tue ich das andere zeug dann auch noch reduzieren mal gucken alle raune haben wir noch wendel lasse ich jetzt mal kamille auch nicht jeder passt schon ganz weiter ziehen weil das so mehr glück beim nächsten händler auch kommen leute ich brauche knete dass ich da hinten wirklich was machen kann stufe des ladens auf 31 das ist ja auch schon mal was freigeschaltet neues mobiliar jetzt herstellbar ist der sparten also haben wir schon mal 53 artikel ich habe keinen liebesdrang das geht ja gar nicht und schon ist passiert nicht nach nachgemacht und schon laufe ich leer was ist denn los ach so ist noch am auffüllen dann wartet mal ich ach so ich habe ich kann gar nicht auffüllen ich habe keine trinke mehr gar ist echt alle man ist das übel vielleicht habe ich doch ein bisschen zu früh angefangen hier mit dem umbau man okay gießen ernten will ich eigentlich nicht aber ich ernte jetzt mal weil dann würde ich nämlich das ding hier auch wieder füllen später mit vier stück das lasse ich jetzt mal frei wir packen jetzt hat hier die kartoffeln rhein und wir packen hier das weizen rhein so das muss ja das braucht ihr noch eine zeit lang bis dann die anden wirklich besser werden dann haben wir das das werde ich separat mal machen da ist die frage ob ich eigentlich die böden setzen kann oder ob mich das jetzt was kostet warte mal du brauchst allerdings die anderen dinger hier ja das habe ich noch nicht gemacht und dass da auch noch um man da muss ich dann noch warten seht mal wie viel geld man da braucht na das ist das ist extrem aber wenn dann muss ich dann natürlich auch noch die böden reinziehen hier ja auch noch das wird noch lustig jedes da brauche ich richtig viel knete ok lasst uns mal tränke herstellen ich würde sagen dass ich von jedem jetzt erst mal zehn stück mache aber ob das geht ist die frage weil ich habe nämlich nicht zu viel weil eigentlich jetzt muss ja auch nachgefüllt werden die sechs stück hauptsächlich von denen wo ich null hat nur sollte ich mindestens zehn herstellen wenn jetzt sogar eher 15 aber ich mache jetzt einmal nur zehn dann schauen wir was machen die regale reingeht und wenn wir die regale gefüllt haben dann muss ich mal gucken was ich noch nachherstellen also da wo ich wo ich noch was im bestand habe das müsste ich glaube ich nicht zu viel herstellen da müsste eigentlich reichen mit den zehn stück da habe ich jetzt falsch gedacht hier muss ich ja mindestens die zehn machen wo ich null hatte da bin ich mal gespannt wie viel wir noch nachfuhren müssen trotzdem haben wir es nicht geschafft so da noch mal vier stück und da noch mal sechs stück ja und so langsam reduziert sich jetzt auch der lagerbestand vom stahl und so weiter so gucken wir mal was wir hier machen können ey was sind denn das für puppel aufträge da kommt doch kein geld rein dann machen wir einfach mal den hier so dann rennen wir mal durch und füllen auf was geht heiltränke habe ich jetzt tatsächlich zu viele hergestellt hätte ich nicht machen brauchen du bist ja voll okay dann muss ich eh noch ein wenig ohne ohne geld kommst du hier nicht wirklich gut voran und schon sind die sachen wieder rot in dem moment wo du dann sagst du reduzierst auch den lagerbestand haut schon immer hin jetzt haben wir sogar kamille zu wenig das habe ich aber schon gemacht ne ne habe ich noch nicht ich habe die felder noch nicht gemacht okay gießen gießen ernten und ernten das sind aber auch noch 16 stück ähm lavendel ich tue es auf jeden fall jetzt abbauen ähm den lasse ich mal so dann sind die gegossen ich habe zu viel heiltränke hergestellt aber es passt schon die wollen wir ja verkaufen so sechs stück ich muss das lager ausbauen ich muss das lager ausbauen aber das kostet ja auch einiges weil das sind vier felder das heißt es werden gute 6000 benötigt nur für das lager ja erntetag das ist ja schön für euch wenn ihr einen antetag habt aber ich habe ja nichts noch nicht ich muss auch meine angestellten noch mal angucken wegen dem wegen der bezahlung der part wird heute wieder ein bisschen länger gehen so wenigstens die verkäufe bringen noch ein bisschen was na würde mir natürlich wünschen dass die aufträge ein bisschen satter wären also ein bisschen gröner dass wir irgendwas um die 1500 bis 2000 oder sowas bekommen ich hätte speichern sollen ich habe jetzt seitdem das zweimal hier passiert ist mit dem bug habe ich echt schiss dass das wieder passiert und ich änderungen mache hier eine wolle brauchen wir brauchen noch nichts schneidermäßiges hier muss ich halt jetzt dann gucken in zukunft dass ich dann eher die sachen hinzu kauf wenn ich den den lagerbestand hier reduziere weil ich ja nicht so viel platz habe also bedingt dadurch wenn wir dann später die ganzen sachen haben da habe ich nicht sehr viel platz muss ich hier zu kaufen ich mache jetzt einmal immer nur wenn wenn du das was fehlt bis zu zehn dann mache ich das so artischockensamen das wäre level 4 nein die lasse ich also mindestens level 6 oder 7 oder 5 oder 6 wäre gut wir haben bis jetzt kartoffeln und weizen ok und desto blende ich jetzt auch aus weil das ist mir das entweder ich schaffe es irgendwann mal zufälligerweise oder nicht kommt bestimmt noch einer ja da ist noch mal einer was hast du ok mischmasch keine samen schmerzsalbe ist zwar nur eine 2 aber kauf mir zu nein da noch nicht all raune ich muss aber echt gucken dass ich es reduziere wenn ich es aber verbraucht dann habe ich es wieder nicht kommt bis wir so weit sind tue ich jetzt das zeug noch kaufen weil es fehlt noch einiges bis wir dann tatsächlich hier mit der küche dann erst einmal das am laufen haben mit den gerichten bis dahin schaue ich jetzt einmal dass ich das noch ausnutzt für die für die alchemie so leute kommt mal langsam zum schluss dann können wir hier nämlich noch vielleicht die felder platzieren und bevor ich dann jetzt mit der mit dieser küche hier weitermacht würde ich sagen dass ich erst einmal schaut dass ich die felder hier voll füllen da werde ich dann vielleicht den weg hier nochmal wegnehmen händler glaube ich kommt jetzt keiner mehr händler kommt keiner mehr aber ich denke hier ist das mit der küche ist schon ganz gut dann wenn wir hier noch ein regale irgendwie rein stellen und mal gucken mit hängern und sowas ja ich weiß schon das geht dazu voran wie du das willst okay es ist alles aufgefüllt das heißt sie geht jetzt auch dann gucken wir jetzt zuerst einmal wieder bei den angestellten rein level 7 gusje geschwindigkeit 135 traglast 8 lohn 57 wenn dann müsstest du im grunde die segel streichen das mache ich jetzt halt auch ich freue dich linus und holen wir dafür die gusje einstellen dann schauen wir gleich mal wegen lohn noch mal ja gut es ist wird halt auch von den löhnen her wird es halt immer heftiger so 67 aber gut wenn sie es jetzt 7 wenn sie ausgebaut ist auf level 10 dann denke ich hatte wahrscheinlich eine geschwindigkeit von 200 mit mindestens 15 artikeln und dann sollte doch da auch was vorwärts gehen oder denke ich mal okay leute wir machen dass das nächste mal weiter ich werde auf jeden fall die zwei felder einmal an den beim nächsten mal mit euch und dass ich die auf jeden fall schon mal hier im bestand hat verkaufen tue ich sie noch nicht und ich werde jetzt dann auch noch mal kurz ein paar tränke herstellen das lasse ich jetzt mal ganz kurz ich bräuchte so viel kamille so viel mehr kamille ist halt fast überall drin genau und dann möchte ich schauen dass ich jetzt erst einmal die böden hier noch ergänze hier vorne quasi den weg weg machen und dann hier ergänze weil ich möchte auch irgendwann den erfolg haben dass ich alles bebaut habe und wenn ich die felder natürlich auf die böden stellen kann dann passt mir das schon und die da muss ich wieder her herstellen dass das wieder passt na gut es gibt echt noch viel zu tun da sind wir bei weitem noch nicht am ende ich denke das geht bis ins nächste jahr alles klar das soll es gewesen sein lasst ein like da schreibt was in die kommentare nicht vergessen ein abo dazu lassen dass ihr keine videos mehr verpasst und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen tag schönen abend schönes wochenende oder was auch immer macht's gut